Jo, und da wären wir wieder zurück bei Varok und mit am Start ist diesmal nur Mirai, ja, weil, äh, ja, Drasron hier keine Zeit hat und so, und, äh, es gab Updates in Varok, ne, es gab, äh, einige Updates, es gab, äh, es gibt jetzt auch keine Pings mehr, ne, wir sind jetzt direkt mit dem Server verbunden, hab ich mitbekommen jetzt, und es gibt, oh Gott, Oh Gott, was ist gestorben? Luzi, was machst du mit meinen Teamkameraden? Wie? Äh, stopp, und es gibt eine neue Waffe, die sehr assi sein soll, hatte hier auch Mirai mal behauptet. Ja. Und zwar die Sniper, die, äh, V... Luzi, machst du das da? Guck mal kurz noch mal raus. Warte. Bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner-Team! Deswegen sag ich ja, guck doch mal kurz da raus. Das würde mich sehr freuen. Alter, ich hab, ne, scheiße, ich hab keinen SP mehr. So, im Smoke verstecken, weißt du? Kennst du die Taktik? Jaja. Taktik kenne ich schon. Haha, du assi! Hahaha. Du, du, ach, du... Ah, mir fehlen die Worte bei dir. Weißt du das? Haha. Mir fehlen einfach die Worte bei dir. Ja, du kennst auch meinen Routenlauf hier, super, ich kann grad einpacken wieder. Denkst du, ich merke mir das bei dir? Ja, ich mach immer den selben Weg. Noch nie aufgefallen? Nicht wirklich, nein. Lol. Ah, das ist doch einfach... Wieso sagst du auch nix? Auf einmal bist du im Gegner-Team. Haha. Sollte eine Überraschung sein. Hm, Mirai, sollte eine Überraschung sein. Das ist bestimmt auch diese Asi-Waffe jetzt. Nein, ich hab M24. Ja, ja. Die Asi-Waffe hatte ich auch mal, ja. Komm, dafür legt Basti ja Lust. Achso, Basti ist noch dabei hier. Voll vergessen, sorry. Boah, ey, Luzi. Ja? Wie schlecht bist du eigentlich? Ja, wegen dir, ich war voll abgelenkt gerade. Sorry, Basti. Gerade als erwähnt wohl kill ich ihn. Ich war wegen dir voll abgelenkt, darum hab ich vergessen, Basti zu erwähnen. Ja, und Wunschbrot kann man auch mal sagen. Hallo. Aber er guckt ja keine... Oh, fuck. Na ja, falls er hier reinguckt mal. Er meinte doch, er guckt rein. Ja, wahr. Das hat er geträumt, dass er reinguckt. Hör auf zu schießen, Mirai. Wo bist du denn, du... Ja, ich bin tot. Achso, ich guck... Er hat drei Schuss ausgehalten. Einen auf dem Kopf. Boah, Alter, ist netzlos. Wow. Ja. Was ist denn los mit dir? Geht er dir. Naja. Ja, Mist. Ich weiß, wo er ist. Was ist das? Von zwei Seiten, ich glaub's nicht. Bam. Alter, guck dir mal den Fleck an der Wand. Hammer. Ganz ehrlich, ich hol mir gleich eine PSC und dann AB50. Und dann bist du in meinem Team wieder? Muss ich mal überlegen. Naja, komm schon. Mein Team, bitte. Ach, du bist doch... Guck jetzt, wirst du mal im Gegnerteam schon... Kacken wir wieder ab. Zwei zu drei, ja genau. Weißt du, in den Aufwärmrunden immer positiv. Und jetzt... Einmal die Aufnahmetaste gedrückt. Negativ. Nee! Ich kann so nicht arbeiten, Junge. Luzi, du sollst aufpassen, was vor dir los ist. Ja, meinst du? Ja, meinst du? Meinst du? Dein Teammate ist auch topgeist. Ja, du kannst doch nicht machen. Sowas kannst du ja doch nicht machen. Achso. Wie er die Nade schmeißt, der Assi. Danke. Ich dachte, du wärst noch ein bisschen... Nee, nee. Ich bin diesmal vorgerusht. Aus Gründen. Hä, wo ist denn der jetzt? Unser Begreif nicht, dass euer Sniper euer Sniper ist. Ach, ich hab dich schon gesehen, ja. Danke für den Tipp trotzdem. Äh... Lol, okay. Das ist cool. Vielleicht hat er das Spiel verlassen. Guck. Aus Frust. Na, man kann gemein sein. So. Wie gehen wir diesmal vor? Ich hab keinen Plan. Hast du eigentlich gestern aufgenommen? Was denn? Das waren sie wohl, ne? Der Sie, meinst du? Ja, hast du gestern aufgenommen oder nicht? Nee, wir haben gestreamt nur. Das ist doch jetzt wieder... Ja, das sein könntest du aufnehmen. Das ist doch kein Hardcore. Das ist echt. Lazy Hardcore, meinst du? Ja, klar. Nee, 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 nee. Ganz ehrlich, ich wär auch lustig gewesen. Jaja, aber das Ding ist... Das war ja übelst geil. Muss ich sagen. Das Ding ist, äh... Patrick wollte streamen und äh... Wenn wir aufnehmen, machen wir das sowieso nur dann zu dritt. Mit Daniel noch, weißt du? Wenn da dann einer fehlt, ist dann scheiße. Zwar auch mit Gästen, aber du weißt, was ich meine. Du warst ja auch mal dabei, Alter. Ach, ist das so konzentriert, Mira. Erzähl mal. Erzähl mal was von dir. Ach, guck mal die Nate da. Schön. Habe ich nicht eigentlich einen Herzschuss gegeben? Komm, Basti, komm, Basti. Mach ihn fertig. Komm, Basti, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm schon. Mach. Z... Zarte... Mh... 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 Ah... Mh... 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 Ich hab zwei Typen gekillt und... Oh, hm. Ja. Das war eigentlich so ein Züge. Zusammenfassung. Was passiert? Was? Ah, ich weiß, wo du bist. Ja? Ja. Schon gesehen, ne? Rekke geil. Rekke kleine Buster, meinste? So, pass auf, wer... What the fuck? Das warst gar nicht du. Das warst du! Lol, HP. Haha, vier. Drei und halb, drei und halb. Gleich hast du null, ey. Alter, was geht mit dir, ey? Immer so aggressiv. Das war ein bisschen Spaß. Ja? Willst du was sagen? Nein. Erzähl mal. Ich wusste halt nur, dass er dich gleich kriegt. Ja, ich war wieder zu voreilig, klar. Oh, knapp, knapp, knapp. Ja. Hat ihm vier HP gezogen. So, drei gegen vier, meinste? Wir gewinnen trotzdem mal. Es hört doch mal... Es hört doch mal auf Sniper zu wählen. Junge, ich... Würde ich... Ja, würdest du... Alter, aufzuschießen. Würde ich hier mit Farmas rumrennen, ne? Ja, was wäre dann? Würde ich doppelt so oft töten. Oh, du Nutte. So. Ich bin jetzt wegen dir einmal durchs Feld gelaufen. Ja. Basti, mach dich kaputt, Junge. Mit der AK-12. Eh, ne, Quatsch. AK-47. Die sind modifiziert, glaub' ich, ne? Ja. Naja, dann, äh... Bis dahin. Blup. So. Bei 8 geht's los und wir sind wieder zurück in Warhawk. Wieder am Marian-Kurs und danach geht's weiter mit anderen Maps. Genau. Unter anderem auch meine Revanche hier, genau. Und Wunschbrot ist diesmal in meinem Team. Wunschbrot, schöne Grüße, falls du diese Folge... Die Folge 108 ist das... Okay, ich lief sofort. Bin tot. Achso, wegen ihm. Äh, die Folge 108 ist, dass wenn du das sehen solltest, dann... Schöne Grüße an dieser Stelle. Oh Gott, ich muss mir eine Spritze geben, weil Mirai wieder rumschießt. Nicht nur ich. Oh, also schießt gern, hab' ich gehört, ne? Klar. Loy, hör auf! Bist du Marianhold, Alter? Boah, Wunschbrot, ey. Hammergeil. Von was hab' ich jetzt Schaden genommen, bitte? VSS, würd' ich sagen... ...davor meine... ...schöne Waffe hier. Was hat du für ne Waffe gekauft? Ich hab' gar keiner gekauft. Wieso sagst du schöne Waffe, so in dem Sinne, als wär' sie neu? Nein, nein, ist nicht neu. Nein, ist nicht neu, meinst du? Ist die alte. Ja, ist die alte, meinst du? Ja, ist die alte. Du bist ja auch, du bist ja auch ein Pro, hast gesagt, ne? Lol, ich war hinter dir. Wie er mich nacken wollte. Ja, ja, komm. Ich hatte irgendwie keine Angst. Achso. Ich hatte nur Angst vor Wunschbrot, er war nämlich auf der anderen Seite. Jaja, hatte Angst vor Wunschbrot. Hm, hm. Hm. Du wünschst dir auch immer ein Brot zum Morgen, ne? Ha! Ha! Zum Morgen, zum Frühstück, eher gesagt. Alter, hier geht's ab wieder. Hier geht's einfach ab. Wie, wie ein Berizzino. Berizzino sind wir voll verreckt. Oder meinst du jetzt, ähm, LP Berizzino? Ja. In, ähm, ähm... In Berizzino halt, ne? Hier geht's dann Berizzino, oder? Nee, nee, anderes Mal. Achso, okay, gut. Offscreen war das aber auch. Da sind wir rumgestanden, ne? Und dann hat... Aus jeder Ecke... Weißt du? Ganze Stadt voller, voller Toten am Boden hier. Voll am Bluten alles. Wie wir quasi... ...mitten drin. Ähm, als du in Berizzino wart. Ja. Und plötzlich an der Ruine... An der, äh... Dings hier angeschossen wurde. Dass Daniel dann irgendwie die Beine gebrochen hat, und so, weißt du? Ach, in Czerno war das. Woher Czerno war das? So, was los, Mira, hä? Ich will mal sagen... Doch, verarsche hier. Ja, das ist keine Verarsche. Ich bin... Ja, ne, Medic, renn von mir weg. Achso, das ist wirklich eine Verarsche. Das ist Verarsche. Was für eine Medic? Ach, deine? Wow. Lol. Was willst'n du jetzt? Da hinten. Wieder in der Ecke hockt, der Penner. Lol! Oh! Wie du voll Glück hast, dass die Waffe grad verzogen hat. Wird genau auf deinen Kopf gezielt. Oh, ja. Nein! Die Muni ist leer! Fuck! Ich hätt' ihn gehabt. Nein! Ich hätt' ihn gehabt! Aber hätte, hätte Fahrt, hätte... Naja. Was soll man da sagen? Basti ist unter... Unter mir. Hilfe! Ich hab' Angst! Was? Basti oder Wunschbrot? Wunschbrot, sorry. Ja, der Wunschbrot, der wird dir jetzt einige Kugeln da verpassen, ne? Ja, da musst du mal besser treffen, Mirai. Nee, das ist nix. Jetzt musst du besser treffen, Mirai. Fuck. Ich hab' ihn getroffen. Wie viel hat er da eigentlich noch gehabt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, ich kann nicht mehr schreiben, Junge. So. Wieso ist meiner so langsam? Achso, ich war geduckt, ey. Gott. So. Weiter geht's hier. Vorführeffekt. Ja, das ist in der Tat so. Das kenn' ich so gut. Okay, jetzt kommt Farmers. Ich hab' kein Bock mehr. Jetzt kommt Farmers. Er hat' kein Bock mehr, weil er ein Kack-Noob ist. Ein Snipern. Ich bin ein Kack-Noob. Haha. Das frag' ich auch gerade. Ach, okay. Alles klar. Das ist der Superhero, ja. What the fuck? Wo ist er denn? Okay, Mirai, jetzt ist Showtime. Meinst du? Ja, was meinst du? Willst du gewinnen, hä? Hä, hä, hä? Oh, 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 oh. Nails, 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 Nails. Ja, da werden noch öfters Nails kommen. Na, wird noch öfters Nails kommen, lieber. Scheiße. Du Penner. Du Penner. Und du hast dich auch noch die Nails. Freut. So. Vier gegen eins. Oh, ich hab' jetzt Stiles als Unshot Falls geschrieben. Ist auch sehr professionell wieder. Nice, nice, nice. Komm weiter. Ali, Ali, du schaffst das. Komm. Jawoll, Ali, Ali. Immer noch Ali. Ali, komm. Ah, jetzt kommt wieder der Spielverderber. Hahaha. Lol. Ah, du musst dir nochmal schreiben hier, ey. Wunschbrot, du. Lol. Das war ein Lenk. Ach ne, ich hab' Bock auf Sniper. Ja. Nicht vorbeischauen ist... Ja, keine Ahnung. Scheiß auf Deutsch und Grammatik und Reden. Ja. Nicht vorbeischauen ist zusammen. Kacke. Sieht voll kacke aus jetzt. Oder? Vorbeischauen. Wo hast du was geschrieben? Ja, im Chat, du, 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 du. Ja, aber nicht im Allchat. Ach so, du bist ja im Gegner-Team. Ach, du bist ja im Gegner-Team. Ach, du bist ja im Gegner-Team. Ach, gut sie. Ja, was denn? Schreib mal in die Kommentare, ob man vorbeischauen zusammen schreibt. Ich denk schon. Ne, das schreibt man zusammen, ganz klar. Lol. Wieder ein Sniper. Aber du bist ja in der Schule. Erzähl mal. Äh... Will er mich grad verarschen? Was denn? Ja, er konnte mich nicht sehen und hat mich getroffen. Getrostiert. Ja, ja. Nur weil du abkackst. Es gibt natürlich auch andere Süßigkeiten wie Chips, Bonbons und Kaugummi. Das war keine Werbung. Ach so. Werbung würde sein, wenn ich sagen würde, äh... Ich hab jetzt einen Snickers, weil ich Hunger hab. Bin ich da erst gefragt gestorben? Ja. Okay, das war ein bisschen nubig von mir. So. Wie das... Wie das Karma es so will. Du bist zu zweit nur noch. Weil du einfach böse bist. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Scheiß Camper. Hä? In der Basecamp, meinst du? Denkst du, das ist eine gute Idee? Hierbei, hä? Denkst du, das ist geil? Wenn man in der Basecamp, hä? Oh. Meinst du, du gewinnst noch, hä? Ist der Druck jetzt groß bei dir? Hä? Was hast du vor? Drei gegen eins, meinst du? Komm, das wirst du doch schaffen, hm? Wirst du doch alle Noobs, hast du gesagt. Ja, das wirst du schaffen, Mirai. Das habe ich nie gesagt. Mirai, komm. Das wirst du schaffen, aber locker. Oh. Nein, ey. Ich hätte dich beinah weggesnippt. Ja, 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 komm. Ich hab dich schon gesehen, dass du da bist. Nee, ich hab dich beinah weggesnippt, ey. Ey, wieder angibt, ey. Ich fass dir wieder. Na dann bitte. Na dann bitte. Na dann bitte. Oh. Oh. In den Kopf rein und so mit. Tschö. Mit Ö.